Der Rasse entlangfahren, so dass Sie, liebe Gäste, nochmal einen exklusiven Blick auf unseren Baikongel-Obras haben. Und damit endet auch unsere kleine Startfahrt zu Wasser. Wir hoffen natürlich, dass es Ihnen bei uns an Bord gefallen hat. Wir wünschen noch einen tollen Aufenthalt bei uns in Dresden. Genießen Sie Pfingsten. Wir haben noch zwei Bitten an Sie. Bitte vergessen Sie nichts. Denken Sie in Ihre Taschen, Rucksäcke, Ehepartner und Kinder. Das ist schon die Frage. Die Idee ist, wenn Sie beim Abstieg an die Besatzung gehen. Im Namen der Besatzung wünschen wir Auf Wiedersehen. Einmal in Dresden. Die Idee ist, dass Sie hier im zweiten kleinen Kuppern stehen. Das ist eine große Leitung im Ohr. Einmal im Hintergrund. Man muss zu Hause auf einen Gehäuse, meinen Schwenkopf und den Kuppern schenken. Man muss sich das ein, so als ich in die Masse. Und das ist ein Gerät. So, das ist super. Einmal in die Welt. Aber das ist schön, dass ich so. Daher ist es mir als Schwachbe. We are going to ride a train to the city. Yeah. We are in a boat ride too. And I'm afraid of water. Yeah. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020